Liebe Anna, liebe Jonas, liebe Freunde, liebe Familie. Anna, ich kann mich noch genau erinnern, du warst kaum auf der Welt und ich hatte dich im Arm. Und dann habe ich gedacht, jetzt wird es teuer. Und heute ist für mich wirklich ein ganz besonderer Tag, denn noch nie in meinem ganzen Leben habe ich eine Essensrechnung über 47'840 Franken bezahlt. Da ist ja natürlich fast alles drin, Fläschliwasser, 750, dann haben wir Personal, 38 Franken pro Kopf, Deko ist mit 3'200 dabei und so weiter. Doris, Doris, wollte für diesen Tag ein neues Kleid. Was hat das nochmal gekostet? 890 Franken. Und die Schuhe? 380. Manch einer von euch denkt sich jetzt vielleicht, oh, war es das wirklich wert? Jonas, 34 Jahre alt, Architekt, bald Teilhaber und verdient da 180'000 Franken. Entschuldigung. Aber, das allerbeste, die Eltern von Jonas, die besitzen hier in der Gegend alleine drei Wohnungen und bitte, Thomas, korrigiere mich, ich bin sicher, die sind jetzt auch einige Millionen wert, oder? Nein? Gut, lassen wir es. Möge eure Ehe für immer halten. Eine Entscheidung kann nämlich auch richtig teuer werden.